Hm, hm? Warum hat sie sich geöffnet? Ich hab nichts gemacht. Ist das... Moira? Oh mein Gott, Claire! Keine Sorge, ich werd' dich da sofort rausholen. Moira, geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Claire, ich erinnere mich nur an... Hey, hey, beruhig dich. Ich mein, was zum... Sei mal still, lass mich. Oh Claire, ich will nur nach Hause. Keine Sorge, wir werden hier rauskommen. Nichts hier ergibt einen Sinn. Was haben wir gemacht? Wünschte, ich wüsste's. Das ist so abgedreht. Was ist das, was das mal war? Ich weiße, die Schmerzelung aus! Das ist so advanced. Hm.. Das sagt rein! Das ist das Ghast. 196 Das ist alles fertig. Hast du das gehört? Ist hier drin noch jemand? Das könnte nützlich sein. Dann bin ich Lampenträger. Ich glaube, wir können da unten durchkriechen. Hilf mal, Meura. Los! Okay. Vorsicht! Bleib zurück! Was ist so falsch? Hab ich gerade gesehen. Ich weiß es nicht. Heilige Scheiße, es wird sich töten! Komm, schnell! Anybody? Mama! 切' Ah! Oh Gott! Halt mich fest. Okay. Halt mich fest. So I missed. Okay, da wären wir. Schlüssel ist da drüben. Oh, scheiße. Was ist? Der Schlüssel ist weg. Bist du, äh, wirst du die benutzen? Ist verlässlicher als jeder Mensch. Wenn du es sagst. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Könnte überall sein. Im Dunkeln sehen wir nichts. Such mit der Lampe. Claire, ich sehe den Schlüssel. Er ist zu weit oben. Ich versuche, ihn herunterzuschießen. Pass auf! Fast schiefgegangen. Oh, Kissi! Lauf einfach! Allein schaffe ich's nicht. Lauf, Neura! Lauf! Ist das nur vorbei. Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Oh, Mann! Oh, come on! Oh! 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 Vielleicht finden wir etwas anderes für dich. Nein, ich bin Taschenlampenträger oder sowas. Ehrlich. Cool. Eine Schlagwaffe. Ich kann mit Schlagwaffen. Ja. Lea? Das hast du gesehen, oder? Ja. Da war... irgendwas... Was ist das? Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Was hat das zu bedeuten? Die Armreife wechseln ihre Farbe als Reaktion auf Furcht. Und wer genau sind sie? So viel Leiden. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Spricht sie mit uns oder zu uns? Oh, sieht gemütlich aus. Ja, hätte gern eins zu Hause. Schau dir diese Vorrichtung an. Da steckt etwas fest. Moira, ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Okay. Claire! Hier lang! Vielleicht finden wir draußen jemanden, der uns hilft. Ich will doch nur hier raus. Einen Schritt nach dem anderen. Chaser, noch mir! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Was? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott! Geht's dir gut? Ja, ich war fast ein Claire Sandwich. Oh, erzählt Barry jedem, wie die Geschichte ist? Gut, wenigstens haben wir Strom. Was sollte helfen? Oh mein Gott! 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 Der Ort kann mich echt mal! Was glaubst du wo wir sind? Sagte die verlorene Seele, als sie ihr Schicksal beklagte. Oh, schon wieder diese dummen Armreife! Wer sind sie? Ich will antworten! Ich bin die Aufseherin. Furcht braucht ein Publikum. Und einen Dirigenten. Aufseherin? Ihr müsst zur Wasser gehen, wo das Leben beginnt. Was wollen Sie von uns? Klasse. Echt klasse. Claire, schau! Da drüben! Ein Funkturm. Vielleicht können wir ein SOS senden. Siehst du? Du schaffst das. Oh! Ich hab dich! Leck mich, Hollywood. Das war sowas von nicht einfach. Hör mal, Meurer. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, in was ich dich verwickelt habe. Barry vergibt mir das nie. Ist nicht deine Schuld. Außerdem kann mich Barry mal. Der Typ meckert und jammert und nörgelt über echt alles. Alles. Ich bin ein Wettbewerb. Und? Nein. Nein.